So, ein Leben haben wir noch. Wenn wir das jetzt verlieren, allerdings müssen wir wieder den Weg besser Disco-Kugeln machen und das ist relativ leider viel. Okay, jetzt sind wir los. Okay, wo geht's lang? Okay, das ist schon schwierig. Oh, hier ist ein Hecht drin und den habe ich jetzt wieder verloren. Oh, jetzt ist er wieder abgehauen. So, jetzt habe ich ihn wieder. So, dann gehen wir jetzt nach oben und hier ist ein Zahnrad-Tablet. Oh Mann, ey. Blöd ist blöd. Oh, da ist er ja wieder. Und da ist er wieder weg. Wow, wo soll ich denn das wissen? Komm schon, du musst da sein. Okay, er ist weg. Ne, da. Ey, der kommt immer wieder. Sehr stark. Wow, Donkey Kong. Hier, geil. Ah, geil. Wenn ich das mit dem durchschaffe, würde ich froh sein. Hätte ich das einfach endlich geschafft. Ui, das war knapp. Ah, Fische kommen. Das ist das Beste zum Tüntenfisch. Mist, ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Also, der ist echt ein Scherz, wollte du. Weg da, weg da. Sag ich nur. Natürlich gehe ich jetzt wieder zum Save-Point hier. Und save das, was ich äh, ges-äh-äh-erspielt habe. So. Jetzt sind wir bei Loren. Leichtsinn. Oh, oh. Ach, wir starten wieder mit null Leben. Allerdings habe ich es ja gesaved. Das ist meine Lieblingsachterbahn Nummer 2, meine lieben Damen und Herren. Es ist nicht eins, weil... Ja, weil man hier nicht mit dem Waggon springen kann. Ja, das ist ganz toll. Bin auch schon tot. Aber trotzdem ist es doch meine Lieblings... Zweitlieblingsachterbahn. Wenn ich es so sagen darf. Ich habe wirklich nur 45 Prozent. Ich weiß nicht, wie ich die anderen bekomme. Ach nee, es gibt danach noch eine Welt. Verdammt. Ich glaube schon, das wäre die letzte Mist. Ich erinnere mich. Aber wer der Endgegner da war... Ich glaube, irgendwas war da mit der Biene. Egal, werde ich jetzt erst mal meinen Lieblingsachterbahn 2 durchzocken. Biene. Vogel. Noch mehr Vogel. Vögel. Oh, scheiße. Es wird zu früh. Hui. Nochmal, Hui. Und ein dreifaches Hui. Oh, nein! Ich bin über die Disco-Kugel gesprungen. Ey, das kann es doch nicht sein. Über das Wichtigste bin ich gesprungen. Und Diddy Kong... Sieht irgendwie weg aus. Das heißt, er ist nicht da. Das finde ich blöd. Ja, ich bin tot, ne? Ey, wieso bin ich da rüber gesprungen? Das war so unnötig. Hätte ich jetzt schön von dieser Stelle an starten können und... Was? Diese Biber gehen mir ja langsam auf den Piss. Die sind zwar sauschwach, aber irgendwie saublöd. Na gut, diesmal werde ich sie einsammeln. So. So. Jetzt müsste sie gleich kommen. Noch nicht? Jetzt. Äh, doch noch nicht, aber... Jetzt. Ja. Jetzt hab ich sie. Oh, Mann. Das war knapp. So, jetzt ist es nochmal schwer mit den Zweier. Bienen. Ja! Super Sprung. Da ist schon das G. Das heißt, es kommt nicht mehr als zu viel. Was ist das denn für ein Krokodil? Ah! Sag nicht, es kommt wieder was mit... Waggons, die mir entgegenkommen. Oh, Mann. Ja. Äh. Was ist jetzt los? Oh, ne, bitte nicht noch einer. Ja. Ja. Und hier sind Flunkys Flüge und... Das letzte Level. 26 Prozent. Super. Das ist ein Atomkraftwerk namens Fukushima. Ich hab Angst, dass ich verstrahlt werde. Ah. Das ist das. Oh. So. Ich find das doof, dass hier alles dunkel ist. Der Einprägungssinn wird dadurch dann geschärft. Scheiße, das ist doch doof. Obwohl, nein, doch nicht. Ah. Jetzt seh ich nichts. So. Da kommen wieder Krokodile. Ich geh jetzt einfach hier so durch. Kann ich ja mit dem... Okay, da ist ne Schlacht wieder. Jetzt seh ich nicht, wo ich bin. Ah. 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 No. Da oben ist schon das... Die Kugel. Pfff. Das kommt davon, wenn's dunkel ist. Da weiß ich nicht, bin ich hier zu weit links, zu weit rechts. In dem Fall war ich zu weit rechts und ich bin sogar nach rechts gegangen. Dummerweise. Ich seh nichts. Ah, jetzt. Was mit dem Seil sogar? Äh, das ist doch scheiße. Na gut, dann nehm ich jetzt eben Donkey Kong. No problemo. Da brauche ich einfach nur springen. Ah. Ich bin gerade blind gesprungen. Ich seh nichts. Oh. Was ist hier jetzt? Oh.